So, Moins in YouTube, ja, ähm, da bin ich wieder, ich will auch hier wieder aktiver werden und zwar ein bisschen detailliertere Schuh-Tests machen, weil so die quick and dirty ones, die mach ich hier mal auf TikTok, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mal schon mal ein ganz schnelles Update zu den Schuhen haben wollt, egal, aber hier auf jeden Fall, ähm, der Jason Tatum 1, der Schuh, um den soll es hier heute gehen, ähm, ich hab den extrem viel Outdoor getestet, ich hatte den mit, als ich, äh, in L.A. war, wen das interessiert, da hab ich auch einen Vlog zu, könnt ihr euch gerne angucken, ist, glaube ich, ganz cool, ganz interessant, ähm, da kommt auch noch ein Lakers Experience Vlog, weil ich war ja auf zwei Playoff Games, long story short, ähm, kann man sich mal angucken, wenn man Bock hat, aber den Schuh dementsprechend sehr viel Outdoor getestet, das Grip hat Stand gehalten, erstaunlicherweise und zwar wirklich sogar ganz gut, was hier das Problem ist, ist erstmal durchsichtige Sohle, die performt einfach in der Regel nicht, ich muss es leider so sagen, ich weiß nicht genau warum, ähm, weil es gibt andere, zum Beispiel Adidas, da haben die viele durchsichtige Sohlen, die sind gut, ähm, aber auch Nike hat durchsichtige Sohlen, die sind gut, die hier war Outdoor problematisch, aber das kann an dem Platz gelegen haben, auf dem ich war, grundsätzlich würde ich den Schuh sowieso nicht unbedingt für Outdoor empfehlen, weil wir es ja sehen können, der hat schon so seine Spuren, allerdings deutlich weniger, als ich gedacht hätte, dafür, wie viel ich ihn gezockt habe In der Halle hat der Schuh aber gut performt, so bei den ersten ein, zwei Malen war es ein bisschen problematisch, die Halle war aber auch absolut garbage, in der ich gespielt habe Als ich dann beim dritten Mal bei einer Halle war, ähm, hat das ziemlich gut gegrippt, die Halle ist aber auch verhältnismäßig sauber, aber das hat sehr, sehr gut gegrippt, das war jetzt kein Hall of Fame Traction, aber ich hatte keine Probleme Wenn ihr einen Schuh mit Grip sucht, seid ihr hier nicht grundlegend verkehrt, vor allem, was der Schuh sonst noch alles bringt, weil, so viel Spoiler ich schon mal, das ist der schlechteste Teil vom Schuh Die Dämpfung bei dem Schuh ist das, was mich persönlich, glaube ich, am meisten begeistert hat Ähm, es ist vorne eine relative fette Airy Zoom Unit drin, die man hier auch sehen würde, wenn die Kamera nicht mein Gesicht fokussieren würde Ähm, diese Zoom Unit ist ganz ähnlich wie bei den, äh, bei den Jordan Modellen, beim Jordan, äh, 3, ne, 33 nicht, Jordan 34, 35, 36 37, 37 Stück weit weg, äh, 37 aber eigentlich doch eher nicht, also 34, 35, 36, ganz ähnlich zu denen und die ist hier richtig geil Also ihr spürt die auch extrem schnell, aber ihr fühlt euch dabei trotzdem nah am Boden, einen guten Bounce, ähm, und schnell wendig alles, das funktioniert extrem stabil auch Das ist wirklich, also die Dämpfung in dem Schuh hat mich total begeistert Ich denke, dass sie durch, das meiste, was ihr in blau an diesem Colorway hier seht, ist Plastik und gibt dem Schuh die Stabilität Der Schaumstoff, den ihr hier habt, also hinten zum Beispiel ist keine Zoom Unit oder sowas, konnten sie sich wahrscheinlich bei Tatum noch nicht leisten Also bei dem Schuhmodell, ähm, aber es macht nichts, der Schaumstoff hinten, der ist gut, der gibt eine solide Impact Protection, völlig in Ordnung Wie gesagt, ich habe nur Outdoor gezockt und hatte eigentlich keine Probleme Das Material des Schuhs ist sehr geil, also ich bin, wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin von dem Schuh extrem angetan Das Material, ich versuche das mal in den Fokus zu bringen, dass ihr das vielleicht, vielleicht sehen könnt Ähm, das Material ist ganz ähnlich, äh, zu den Jordan 36, 37, äh, 35, je nach Colorway, ähm, Modellen Das ist dieses, ähm, ich glaube es heißt Lenoweave, ist aber nichts anderes als so eine Art Ripstop Ähm, Ripstop steht letztendlich Tatsache dafür, dass wenn ihr irgendwo ein kleines Loch habt, ähm, dass es nicht weiter aufräumt Ripped, Ripstop, the more you know Ähm, es ist in Kürze extrem supportive, also ich habe gar keine Probleme gehabt, dass ich mich irgendwie unwohl in dem Schuh gefühlt habe Der Schuh hat mich genau da gehalten, wo ein Schuh mich halten soll Der Schuh ist sehr durchlässig, ihr könnt da auch ein Stück weit weg fast durchgucken, ihr könnt es nicht wirklich Es ist eine bessere Umsetzung als beim Jordan 37 Je nachdem, wo ihr guckt, hier zum Beispiel in der Mitte, könnt ihr auch durchgucken Weil, ähm, wie gesagt, das Material ist halt sehr, sehr stabil Ihr habt aber dadurch, dass hier auch dieser Schaumstoff hochkommt, habt ihr an den richtigen Stellen Habt ihr die Unterstützung, die ihr braucht, damit ihr nicht aus dem Fußbett brecht Ähm, das ist alles extrem gut Kommen wir kurz noch dazu, wie sitzt der Schuh? Für einen Jordan Schuh sitzt der relativ schmal, das sage ich euch Ähm, er sitzt meines Erachtens Besser am Fuß als der Luca 1 und als der Jordan 37 Aber damit können viele natürlich nichts anfangen, wenn sie die Schuhe nicht auch haben Das heißt, ähm, mit schmalen Füßen habt ihr kein Problem Für schmale Füße ist der super Meiner Meinung nach ist der in seiner Länge auch zu size Ich trage auch hier wie immer meine 44 Ähm, und der Schuh sitzt bombastisch Ich habe den halt peu a peu ein bisschen enger gezogen Ihr könnt ihn halt mit der Schnürung logischerweise dann nochmal ein gutes Stück enger machen Weil ich meine Schuhe wirklich halt gerne, ja, tight trage So dass sie wirklich 1 zu 1 am Fuß anliegen Und das gibt dieser Schuh auch absolut her Wenn ihr breite Füße habt, könnt ihr von dem Schuh, glaube ich, komplett wegbleiben Muss ich leider sagen Wenn ihr, ähm, etwas breitere Füße oder Plattfüße oder sowas habt Dann geht ihr vielleicht eine halbe Größe hoch Ansonsten, der Schuh ist ein Midcut, wie ihr ja auch seht Er bietet also ein bisschen dieses, ja, dieses Hugging-Gefühl Dass euer Knöchel zumindest mal etwas mehr umschlungen ist Als bei so einem klassischen Low-Cut Hier habe ich den Low-Cut stehen Ähm, da könnt ihr das so ein bisschen im Vergleich vielleicht auch sehen Vielleicht, wenn die Kamera einen Fokus von mir wegnimmt Ähm, das ist schon ein Unterschied, ne Also ihr könnt schon sehen, wie hoch der Jason Tatum ist Im Vergleich zum GT-Cut 2, der ja ein wirklicher Low-Cut ist Ähm, long story short Ähm, das ist schon ein Unterschied Das Beste an dem Schuh ist definitiv Er ist leicht Wow, er ist richtig leicht Ähm, das erreicht ihr natürlich Das ist einfach klug von Jordan Brand gemacht Kann ich nicht anders sagen Dadurch, dass, ähm, ihr habt ganz, ganz wenig Gummi Gummi, also hier vorne ist die einzige Partie, wo ihr Gummi habt Ähm, der Rest ist ja Schaumstoff Und Schaumstoff ist einfach in dem Sinne deutlich leichter Das machen sie bei den Curry-Modellen ja auch schon seit Ich glaube drei oder vier Jahren Ähm, mit, mit riesen Erfolg Und es funktioniert hier, wie gesagt, auch Es sind extrem viele Einsparungen, weil Jason Tatum, also von Material, ne Weil Jason Tatum hat gesagt und sich gewünscht Einen extrem leichten Schuh Mit gutem Cordfeel Mit einem soliden Bounce Aber ansonsten minimalistisch Und halt Midcut in dem Fall Ähm, und wir hatten bekommen Wenn ich diesem Schuh hier so, ähm, nach meinem Oldschool-Wertungssystem Äh, ist das für mich ein Rimlock Certified Das ist für mich so eine, so eine, ich sag mal eine 9 von 10 Weil es ginge noch einen Ticken besser Die Sachen, die ich persönlich einen Ticken besser mir wünschen würde Sind, das Grip hat mich nicht hundertprozentig überzeugt Weil, wie gesagt, es gibt Momente, da hatte ich noch immer Slip-Outs in der Halle Und bei Staub hat es mehr oder minder, also nicht gut performt Da muss man schon andauernd drüberwischen Ähm, und eine Zoom-Unit im Hacken Wäre auch nicht schlecht Aber ich glaube, mit diesen beiden Sachen Wäre ich schon, das ist es eigentlich schon Dann wäre ich schon voll d'accord Klar, der Schuh keinen wirklichen Premium-Touch Aber für 120 Euro, die ihr, glaube ich, für diesen Schuh bezahlt Ähm, ist das ja auch völlig in Ordnung Und, ähm, ihr kennt das, ihr kennt das sowieso, Leute Wenn ihr hier abonniert seid, abonniert habt Jetzt abonniert Ähm, mit Rimlock 10 Dem Code gönnt ihr bei Kicks immer nochmal sparen Dann kriegt ihr noch einen Ticken günstiger Und das hier ist ein Schuh Ich kann ihn empfehlen Ich würde behaupten, für Position 1, 2, 3, 4, 5 Das ist eigentlich ein Hammer Schuh Ob ihr jetzt ein schneller Guard seid Ob ihr ein Center seid Der seine Post-Moves macht Ähm, das Einzige, worauf ihr achten müsst Ist in dem Fall nur, wenn ihr sehr viel Über den Hacken abrollt In diesem Sinne Dann ist es vielleicht nicht das Richtige Weil, wie gesagt, da fehlt die Dämpfung im Hacken Aber, wie gesagt, es ist ja trotzdem noch Ich würde behaupten, es ist irgendwie so ein Kushlon, Lunalon, wie auch immer sich Ähm, Nike Das war's von mir Musik Musik